Liebe Schwestern und Brüder, diese Frage, was macht mich unrein, wie bleibe ich rein, scheint für uns völlig unwichtig zu sein. Wir haben heute Morgen geduscht oder uns die Finger gewaschen, ist keine Frage für uns. Aber das war zur Zeit Jesu eine ganz wichtige Frage. Rein bedeutet ja nicht sauber, sondern rein ist der, der eine Beziehung zu Gott hat. Wie bleibe ich rein, war die Frage, wie bleibt meine Beziehung zu Gott lebendig. Und unrein sein, das heißt, die Beziehung zu Gott ist verloren. Und das war damals und ist heute eine wichtige Frage. Die Antwort der Pharisäer war, ich bleibe dann mit Gott in Beziehung, ich bleibe rein, wenn ich all das aus meinem Leben verdränge und absondere, was mich unrein machen könnte. Und dazu hilft das Gesetz, 614 Vorschriften. Wenn ich die alle beachte, ist alles gut. Das betraf Speisevorschriften, was man essen darf und was nicht, Schweinefleisch nein, Hühnchen ja. Das betraf Krankheiten, Aussatz ist Strafe Gottes, ist man von Gott getrennt, bist du gesund, liebt dich Gott. Aber all diese Vorschriften einhalten, das ging gar nicht. Man machte immer Fehler. Und Jesus sagt darum, denke anders. Es geht nicht um das, was äußerlich bleibt, sondern es geht um die Frage, wo dein Herz ist. Was ist mit deinem Herzen los? Hast du gute oder böse Gedanken darin? Im Herzen kann man sich von Gott trennen. Im Herzen kann man bei Gott bleiben. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir ein bisschen tiefer nachdenken, dann stellen wir uns die Frage, woher kommt denn das Böse? Von außen oder von innen? Bin ich eine ferngesteuerte Person, durch Erziehung, Umgebung, Umwelteinflüsse gesteuert, also von außen, so dass ich eigentlich für mein Verhalten nichts kann, völlig unschuldig bin, ich kann halt nicht anders, ich bin determiniert? Oder ist die Mitte meiner Person, mein Herz entscheidend für mein Verhalten? Kann ich mich entscheiden? Trage ich Verantwortung für das, was ich tue? Jesus sagt, dein Herz ist das Entscheidende. Du, die Mitte deiner Person entscheidet, ob du mit Gott in Beziehung bist, ja oder nein. Und so ist das Evangelium auf der einen Seite eine Befreiung. Wir müssen uns nicht von außen steuern lassen. Und es ist gleichzeitig eine Verantwortung, dass das, was wir tun, auch unser Leben prägt. Und so ist es, was wir tun, auch unser Leben prägt. Wie geht es Moses vor.